Es gibt nichts Schöneres als einen entspannten Roadtrip, aber nicht alle Reisen bestehen aus endlosen, sich wiederholenden Autobahnen. Es gibt überall auf der Welt wilde Straßen, die dir mit einem einzigen Blick an den Adrenalinstoß verpassen. Ich habe das Internet durchforstet, um die aufregendsten, beeindruckendsten und erstaunlichsten Straßen zu finden, auf denen du tatsächlich eine Reise machen kannst. Also schnall dich an, denn wir begeben uns gleich auf ein Abenteuer über einige der verrücktesten Straßen der Welt. Wenn du die Definition von landschaftlich reizvollem Wörterbuch nachschlägst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du ein Bild der norwegischen Atlant der Hafsvallen siehst. Diese 8,3 Kilometer lange Straße, die auch als Atlantikstraße bekannt ist, schlängelt sich über die Averøy-Inseln und das alles dank der unglaublich kreativen Nutzung von Brücken. Die Brücken, die die Inseln wie eine Kette miteinander verbinden, wölben und drehen sich mit der Landschaft und folgen der Küstenlinie des majestätischen norwegischen Meeres. Aber während es bei schönem Wetter wie ein Traum aussieht, wird es bei einem Sturm schnell zu einem Albtraum. Die Wellen rollen über die Straße hinweg und schlagen mit furchterregender Wucht gegen die Inseln und drohen, die Autos von der Straße zu reißen. Aber egal, ob der Ozean ruhig ist oder sich über den Asphalt ergießt, du kannst darauf wetten, dass die Fahrt auf der Atlantikstraße dein Herz höher schlagen lässt. Bevor du dich jetzt auch auf nach Norwegen machst, kannst du auch hier unendlich viel Nervenkürzel haben. Du musst nur die Gefällt mir und Abonnieren-Buttons drücken und du erfährst als erster von den neuesten und aufregendsten Videos, die es hier jeden zweiten Tag gibt. Fertig? Gut! Dann lass uns Gas geben und weiter auf die nächste verrückte Straße. Das Stilfsa Joch Italien ist für seine großartigen Kunstwerke bekannt, aber keines davon ist so atemberaubend wie die Straße über den Stilfsa Joch. Nur einen Katzensprung von der steilen Schweizer Grenze entfernt, führt diese Straße mit ihren 48 Haarnadelkurven über 2,7 Kilometer über dem Meeresspiegel und das auf nur 46 Kilometer. Boah, das hat schnell gescheitert. In dieser wolkenverhangenen Höhe ist sie eine der höchstgelegenen Straßen der Welt, die eine unglaubliche Aussicht bietet. Schau, sie ist so hoch, dass du sogar sehen kannst, wie sie sich in ihrer ganzen Länge am Berg passend langschlängelt. Es steht außer Frage, dass es sich um eine der schönsten Straßen der Welt handelt, aber du fragst dich natürlich, wie du jede Kurve am besten erleben kannst. Mit dem Auto? Mit dem Motorrad? Ich dachte vielleicht mit dem Fahrrad, aber allein der Gedanke, da hochfahren zu müssen, bringt mir schon ins Schwitzen. Lass mich in den Kommentaren wissen, was die beste Art wäre, diese kurvenreiche Straße zu befahren. Die Collie-Hügel Wenn du dachtest, dass 48 Haarnadelkurven viel sind, dann warte nur, bis du siehst, was vor dir liegt. Mit unfassbaren 70 Haarnadelkurven hat die unglaublich steile Collie Hills Road in Tamil Nadu, Indien, verständlicherweise den Spitznamen der Berg des Todes. Umgeben von einem dichten Tropenwald sieht die Straße täuschend echt aus wie ein smaraggrünes Paradies. Vor allem für Benzinfans. Aber Teile der 46 Kilometer langen Straße sind nicht gut instand gehalten oder asphaltiert und sie sind so eng, dass kaum zwei Fahrzeuge die gleiche Kurve nehmen können. So aufregend es auch sein mag, diese todesverachtenden Kurven hinunter zu rasen, denk daran, dass du nur ein Schlagloch davon entfernt bist, über den Rand zu fliegen. Der Trans-Sahara-Highway Wie aus einem Mad Max-Film entsprungen, ist diese fast 4500 Kilometer lange Straße durch Nordafrika ein reines Ödland-Abenteuer. Der Trans-Sahara-Highway ist eine bescheiden gepflasterte Autobahn, die sich durch das Herz der Sahara schlängelt und drei nordafrikanische Länder miteinander verbindet. Nigeria, Niger und Algerien. Doch obwohl diese Landschaft wie ein perfekter Ort aussieht, um deine postapokalyptischen Autofahrer-Fantasien auszuleben, ist sie viel gefährlicher als es scheint. Denn nur 85% der Mammut-Autobahnen sind asphaltiert, was bedeutet, dass du auf deiner Reise auf Spuren im Sand und gelegentlich auf baufällige Straßenmarkierungen angewiesen bist. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, fegen Sandverwehungen oft über die Autobahn und verdecken große Teile davon. Wenn du dich also verirrst oder dir der Sprit ausgeht, kann deine einöden Wahnvorstellung zur harten Realität werden. Aber wenigstens scheiß die Sonne. Der Lake Pontchartrain Causeway Wenn du am Ufer des Lake Pontchartrain in New Orleans stehst und über das Wasser blickst, könntest du meinen, du wärst Zeuge einer optischen Täuschung. Denn die Brücke, die sich über diese riesige Wasserfläche erstreckt, scheint einfach nicht zu enden. Nun, ich kann dir versichern, dass sie sehr, sehr, sehr lang ist. Sie ist sogar fast 38 Kilometer lang und damit die zweitlängste Straßenbrücke der Welt. Sie drohen 4,5 Meter über dem Wasser auf einer Reihe von 9500 Betonpfeilern und verbindet beide Seiten des riesigen Sees, der sich über eine Fläche von 1000 Kilometern erstreckt. Das bedeutet, dass du, wenn du diesen kolossalen Damm überquerst, auf halber Strecke ankommst und feststellst, dass du so weit draußen bist, dass du das Land auf beiden Seiten nicht sehen kannst. Es sieht zwar so aus, als wäre es ein Traum, über das Wasser zu fahren, aber ich wette, es ist ein absoluter Albtraum, wenn man da eine Panne hat. Passo San Boldo Der Anblick von Straßen, die in riesige Bergtunnel gegraben sind, weckt in dir ein Gefühl von Abenteuer. Und ein Blick auf den unglaublichen Passo San Boldo genügt, um diesen Funken in ein wahres Freudenfeuer zu verwandeln. Diese Kombination aus 8 Tunneln und 6 Haarnadelkurven schlängelt sich durch die Felswand auf einer Höhe von über 2000 Metern über dem Meeresspiegel und ist ein Meisterwerk aufregender Ingenieurskunst. Sie verbindet die italienischen Städte Trichiana und Torveno, die durch einen Höhenunterschied von knapp über 300 Meter voneinander getrennt sind. Um die beiden Orte zu verbinden, wurden Tunnel in die bergige Felswand gesprengt, um eine sonst tückische Strecke in einen sanften Aufstieg zu verwandeln. Das mag nach viel Arbeit klingen, aber die Straße wurde 1945 in Rekordzeit fertiggestellt, was ihr den Spitznamen die Straße der 100 Tage einbrachte. Aber trotz all der erstaunlichen Geschichte und Technik, die dahinter steckt, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie eher wie ein Minigolfplatz als eine echte Straße aussieht. Wie dem auch sei, eine Fahrt auf ihr macht bestimmt Spaß. Japans Schneecorridor Obwohl er nur wenige Monate im Jahr geöffnet ist, ist der Tateyama Snow Corridor in Japan eine der beeindruckendsten Straßen der Welt. Der gefrorene Asphalt wird von kolossalen, schneebedeckten Wäldern flankiert, mit fast 18 Metern Höhe. Diese atemberaubende Schneewand, die sich über den Gipfel des Mount Tata erstreckt, versperrt alles außer den Berggipfeln und dem Himmel. Aber dieser atemberaubende Korridor entsteht nicht einfach über Nacht. Jedes Jahr arbeitet ein engagiertes Team von Schneepflugfahrern mit Schneefräsen zusammen, um den Weg zu räumen. Diese riesigen Maschinen können den Schnee fast 15 Meter hoch und ein halbes Fußballfeld zur Seite spritzen, um einen Weg für die Besucher des Gebietes freizumachen. Ich bin mir sicher, dass es ein unvergessliches Erlebnis ist, diese Straße entlang zu fahren. Aber könntest du dir vorstellen, dies hinter dem Steuer eines dieser Dinger zu tun? Ich glaube, du hättest Gänsehaut und Nervenkitzel. Hualeyang Tunnel Road Er ist zwar nur etwas mehr als ein Kilometer lang, aber die Fahrt durch den todesverachtenden Gualeyang Tunnel wird sich wie eine der längsten Fahrten deines Lebens anfühlen. Dieser felsige Tunnel wurde in den 70er Jahren in das chinesische Taihang-Gebirge gegraben, nachdem den Dorfbewohnern im abgelegenen Gualeyang die staatliche Unterstützung für den Bau einer Straße verweigert wurde. Anstatt ein Leben in Einsamkeit zu führen, beschlossen sie, die Straße selbst in den Berg zu hauen. Mit nichts weiter als Handwerkzeugen begannen 13 der Dorfbewohner, den Felsen abzutragen. Erstaunlicherweise schafften sie es, im Laufe von 5 Jahren einen 1,2 Kilometer langen Tunnel zu bauen, der ihr kleines Dorf mit der Außenwelt verbindet. Allerdings war er nur 4,8 Meter hoch und 4 Meter breit. Kaum genug, um zwei normale Autos nebeneinander zu stellen. Und nicht nur das. Der Tunnel wurde auf dem Weg des geringsten Widerstands gebaut. Das heißt, er tauchte ab und machte unerwartete Schlenker. So furchterregend die Straße selbst auch sein mag, die Fenster, die durch die Bergwände geschlagen werden, bieten einen unglaublichen Blick auf das umliegende Tal. Aber du kannst auch einen Blick in die Tiefe werfen, wenn du dich traust. Die Straße durch ein... Gebäude? In der Hochhaus-Silhouette von Osaka, Japan, gibt es nicht viele auffällige Gebäude. Mit Ausnahme eines, in das unglaublicherweise eine Autobahn hineingeschnitten wurde. Der Gate Tower opfert sein fünftes, sechstes und siebtes Stockwerk, damit die Hanshin-Schnellstraße durch ihn hindurchführen kann und bietet so eines der seltsamsten Fahrerlebnisse der Welt. Dieser kleine Abschnitt der Schnellstraße wurde in den 80er Jahren durch das Gebäude geführt, nachdem die Kommunikation ziemlich schlecht war. Die Sanierung des Gebäudes und der Ausbau der Autobahn waren beide separat vereinbart worden, aber ihre Baupläne kollidierten miteinander. Nach fünfjährigen Verhandlungen und einigen sehr innovativen Ideen wurde grünes Licht dafür gegeben, dass die Schnellstraße durch das Bürohaus gebaut werden konnte. Das sieht vielleicht seltsam aus, aber es hat sich als die perfekte Lösung für die architektonische Anarchie erwiesen, die sonst entstanden wäre. Wenn du also jemals in Osaka bist, vergiss nicht vorbeizuschauen oder durchzufahren. Salar de Uyuni Das südamerikanische Land Bolivien ist berühmt für die Sehenswürdigkeiten, aber keine ist so spektakulär wie die Salzwüste in der Mitte des Landes. Die Salar de Uyuni ist eine über 10.300 Quadratkilometer große weiße Fläche, die so weit reich wie du schauen kannst. Die riesigen Salzkrusten bildeten sich vor Jahren, nachdem ein großer Wasservorrat im Becken vollständig verdunstet war. Das einzige, was zurückblieb, waren Salze und Mineralien, die sich in diesen riesigen Taschen entlang des alten Seebettes verfestigten. Aber um wirklich zu verstehen, wie groß sie sind, musst du auf sie hinausfahren. Obwohl sie technisch gesehen keine Straße sind, ist sie eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen durch das bolivianische Altiplano und eine atemberaubende noch dazu. Wenn es hier auch nur kurz regnet, verwandeln sich die weißen Becken in riesige Spiegel, in denen Himmel und Erde nahtlos ineinander übergehen. Es sieht so aus, als ob der Himmel auf Erden wirklich existiert. Der Makran Coastal Highway Man könnte meinen, dass das Beeindruckendste an einer Straße, die am Arabischen Meer entlang führt, die unglaublichen Ausblicke auf das Meer sind. Aber trotz der atemberaubenden azurblauen Wellen stehlen die Felsformationen, durch die die Straße führt, die Schau. Diese atemberaubenden Bauwerke sind Teil der Makran Küstenstraße, die auch als National Highway 10 bekannt ist und größtenteils entlang der pakistanischen Südküste verläuft. Sie besteht aus über 643 Kilometer glattem Asphalt, der in die gigantischen vorspringenden Felsen aus Kalk und Sandstein eingearbeitet wurde, die die Küste übersäen. Dieser Gebirgszug ist durch die tektonische Aktivität der Region entstanden, bei der die indische und die eurasische Platte, aus denen die Erdkruste besteht, zusammengeschoben wurden. Direkt unter der pakistanischen Küste gelegen, hat sich die Kraft des Zusammenstoßes der Platten nach oben gebogen und die zerklüfteten Bergrücken hervorgebracht, die jetzt diese atemberaubende Straße säumen. Im richtigen Winkel aufgenommen und mit ein bisschen Hilfe einer Drohne kann ein Foto dieser riesigen Straße aussehen, als würde sie den Bergen bis in den Himmel folgen. Mann, wenn das echt wäre, wäre die Aussicht von dort oben nicht von dieser Welt. Der Karakoram Highway Du würdest vielleicht nicht denken, dass eine Straße den prestigeträchtigen Titel 8 des Weltwunder tragen könnte, aber ein Blick auf den Karakoram Highway könnte deine Meinung ändern. Der Highway schlängelt sich durch die felsigen Pässe von Gilgit-Baltistan und führt im Zickzackkurs durch einige der beeindruckendsten Berglandschaften der Welt. Auf einer Länge von über 1300 Kilometern erreicht die Straße fast eine Höhe von 4,7 Kilometern über dem Meeresspiegel und führt in das Herz des Karakoram-Gebirges. Diese kegelförmigen Schönheiten machen schließlich Platz für bewohnbare Abschnitte mit Ackerland und Dörfern. Es lässt sich nicht leugnen, dass diese nicht so beeindruckend sind wie die Berge, aber durch die verdrehte Perspektive einer Drohnenaufnahme sieht es so aus, als würde die Autobahn eine unmögliche 90-Grad-Kurve in den Himmel machen, zusammen mit der ganzen Landschaft. Vergiss dir sieben Weltwunder, diese unwirkliche Straße sieht aus wie der Steilabfall einer aufregenden Achterbahn. Der Highway to Heaven Du kannst dir den Weg in den Himmel vielleicht nicht erkaufen, aber wenn du nach Wyoming, USA reist, besteht die Chance, dass du einfach bis zum Himmelstor fährst. Denn hier findest du diesen Abschnitt der Interstate 80, der so aussieht, als führe er direkt in den Himmel hinauf. Aber, und ich sage das nur ungern zu euch Sündern da draußen, das ist nur eine optische Täuschung. Man kann es an der Abzweigung des Highways nach Fort Bridger sehen, wo die Straße beginnt sich abwärts zu neigen. An dieser Stelle senkt sich der Horizont in der Wahrnehmung des Fahrers zusammen mit dem Highway und lässt den erhöhten Abschnitt der Straße am anderen Ende viel höher erscheinen. Wenn dann noch ein paar Wolken in der Ferne auftauchen, verwandeln sich Straßen wie diese plötzlich in himmlische Rampen. Auch wenn es nicht real ist, würde ich mir wünschen, dass man von der Spitze dieser Heiligenstraße eine tolle Aussicht hat. Los Caracoles Dieser tückische Abschnitt der Route 60 in Chile schlängelt sich durch das Herz der Anden und ist wie geschaffen für Autofahrer, die eine Herausforderung lieben. Sie ist unter dem Namen Los Caracoles bekannt, was für diejenigen unter uns, die kein Spanisch sprechen, sowas wie die Schnecken bedeutet. Der Grund dafür ist, dass sie sich über 29 Haarnadelkurven und Serpentinen im Berghang hinaufwindet. Wenn du nicht von der Kante stürzen willst, fährst du diese Kurven am besten im Schneckentempo. Aber der langsame Slalom bergauf lohnt sich auf jeden Fall, denn die Straße führt dich über den Aconcagua, den höchsten Gipfel Südamerikas. Mit solchen Gipfeln ist es eine unbestreitbar harte Fahrt. Wenn du dich also auf Los Caracoles wagen willst, solltest du über ein überragendes Fahrkönnen, viel Geduld und sehr, sehr gute Bremsen verfügen. Yongwu Highway China hat viele unglaubliche Straßen, aber im Süden des Landes gibt es eine, die es wirklich in sich hat. Dieser Abschnitt der Yongwu Highway führt über 4,8 Kilometer über den Pojang, Chinas größten Süßwassersee. Aber sie liegt so nah an der Wasserlinie, dass es sich anfühlt, als würdest du mit einem Boot fahren und nicht mit einem Auto. Normalerweise ist diese Straße gerade hoch genug, um den See zu trennen und das Wasser auf beiden Seiten in zwei verschiedene Farbtönen zu unterteilen. Aber wenn der Wasserstand des Pojang-Sees mit den Regenfällen steigt, wird die Straße langsam überflutet. Sie taucht allmählich unter Wasser, ist aber immer noch sicher zu befahren, sodass die Autofahrer, geleitet von den leuchtend roten Barrieren, über den See gleiten können. Bei saisonalen Regenfällen wird die Straße schließlich komplett überflutet, aber sie taucht einige Monate später wieder auf, wenn das Wetter wärmer wird. Wenn du also schon immer davon geträumt hast, ein amphibisches Superauto zu fahren, ist eine Fahrt auf dieser Straße genau das Richtige für dich. Passage du Gois Während der Yongwu Highway vielleicht alle paar Monate verschwindet, gibt es eine Straße in Frankreich, die zweimal am Tag verschwindet. Diese riskante Straße verbindet das französische Festland mit der atemberaubenden Insel Noir-Moutier, aber da sie sich ins Meer erstreckt, wird sie zweimal täglich von den Gezeiten überflutet. Wenn sie freigelegt ist, bietet sie eine epische, vier Kilometer lange Fahrt über den französischen Meeresboden. Aber die Gezeiten steigen auf diesem natürlichen Damm schnell an und wenn du dich nicht beeilst, könntest du unter vier Meter hohen Wellen versinken. Aber keine Panik, wenn du ohne Paddel dastehst. Entlang der Straße gibt es erhöhte Außenposten, die dich davor bewahren, weggeschwemmt zu werden, auch wenn dein Auto vielleicht nicht so viel Glück hat. Wenn du merkst, dass das Wasser über den Asphalt zu kriechen beginnt, solltest du auf jeden Fall Gas geben. Veluwe Meer Aqueduct Wenn ich dich bitte, dir eine Brücke vorzustellen, wette ich, dass das erste, was dir in den Sinn kommt, eine Straße ist, die über Wasser führt. Es gibt jedoch eine Brücke, die genau das Gegenteil ist. Sie führt über Wasser und über eine Straße. Und nicht nur das, sie wurde auf bizarre Weise in einem See gebaut. Diese einzigartige Brücke, das Veluwe Meer Aqueduct, wurde 2002 als Teil der vielbefahrenen Autobahn Endreiner 2 gebaut. Da sowohl der Fluss als auch die Straße stark befahren waren, hätten herkömmliche Konstruktionen wie Zugbrücken und Fähren zu lahmenden Staus geführt. Also schufen die Ingenieure eine 610 Meter lange Fahrbahn unter dem See, sodass der Verkehr auf der Autobahn und die Bootspassagiere rund um die Uhr ungehindert über den See fahren können. Wahnsinnig cleveres Design. Der Öresund Auf dem eisigen Wasser zwischen Dänemark und Schweden steht ein Bauwerk, das weder eine Straße noch eine Brücke oder ein Tunnel ist. Eine göttliche Kombination aus allem. Der Öresund ist ein unglaubliches internationales Bauwerk, das mit einer Schrägseilbrücke beginnt, die fast 8 Kilometer ins Meer hinausführt. Nachdem du die Seeluft geschnuppert hast, geht die Brücke plötzlich in eine Straße, die in einem Tunnel unter dem Wasser gegraben wurde. Dort verläuft sie weitere 4 Kilometer und kombiniert die besten Erfahrungen unter und über Wasser. Das Endergebnis sieht fantastisch aus. Warum also nicht einfach eine einzige Brücke oder einen Tunnel über die gesamte Strecke bauen? Den dänischen Ingenieuren war klar, dass dieser Übergang in der Nähe des Kopenhagener Flughafens und wichtiger Schifffahrtswege liegt. Um den Flug- und Schiffsverkehr nicht zu beeinträchtigen, haben die Ingenieure die Straßenbrücke so konstruiert, dass sie sich unter Wasser duckt. Man könnte sagen, dass durch diese Lösung alles frei fließen kann. Entlang der Westküste Sloweniens verschlingen große Nebelschwaden die Landschaft, wenn die kühlen Seewinde auf die heiße Luft im Landesinneren treffen. Doch während sie das Land in eine neblige Decke hüllen, ragt eine Straße wie ein unmöglicher Pfad durch die Wolken. Das ist der Czernikal, Sloweniens längstes und höchstes Viadukt, das sich durch die beeindruckenden Täler der Region schlängelt. Mit einer Höhe von fast 100 Metern über dem Talboden liegt der Anfang der Autobahn etwas höher als der Rest der Straße. Das bedeutet, dass Autofahrer, die sie überqueren, oft von einer dicken Nebelwand empfangen werden, die die gesamte Straße vor ihren Augen verschlingt. Das ist ein unheimlicher Anblick, ganz zu schweigen davon, dass er furchtbar ist. Wirst du mutig genug, blind über eine Straße zu fahren, die höher als ein 30-stöckiges Gebäude ist, oder würdest du ganz schnell umdrehen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Eshima Ohashi-Brücke Aus der Ferne und mit dem richtigen Kameraobjektiv sieht die japanische Eshima Ohashi-Brücke so steil aus, dass selbst den erfahrensten Autofahrern Angst und Bange wird. Mit einer Höhe von fast 45 Metern und einem unvorstellbaren Gefälle ist es ein Wunder, wenn Autos die Brücke hinauf- und hinunterrollen, ohne ineinander zu krachen. Aber aus der Nähe ist die Neigung dieser Brücke viel weniger erschreckend. Obwohl sie auf beiden Seiten ein starkes Gefälle von 5,1 und 6,1% hat, verdichtet ein Teleskop-Objektiv die Länge der Steigung der Brücke und lässt sie viel steiler erscheinen, als sie tatsächlich ist. Das Ergebnis ist, dass die Brücke aus der Ferne eher wie eine Achterbahn als eine Straße aussieht. Obwohl es immer noch ein Riesenspaß wäre, darauf zu fahren, könntest du dir vorstellen, oben in einem Stau zu stehen? Huangyue-1-Überführung Mit 21 Stockwerken, 5 verschiedenen Ebenen und 20 Autobahnen hat die Huangyue-1-Überführung mehr mit einem Labyrinth gemein als jede Straße, die du bisher gesehen hast. Dieses Monster von Megastruktur ist ein Verkehrsknotenpunkt aus der Hölle, der den Flughafen und die Schnellstraße der Region mit der sich ausbreitenden Stadt Chongqing in China verbindet. Aber trotz des Beton-Chaos kannst du nicht leugnen, dass es auch sehr beeindruckend ist. Mit einer gigantischen Höhe von 72 Metern verlaufen einige der Straßen entlang der obersten Etagen der nahegelegenen Hochhäuser. Das ist genug Höhe, um den Fahrern und den armen Büroangestellten einen echten Adrenalinstoß zu verpassen. Und auch wenn die Höhe diesen Navigationsalptraum noch verschlimmert, gibt es alle 800 Meter Wendepunkte, um unvermeidliche Fehler zu korrigieren. Du musst nur auf die Schilder achten, die dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten und auf keinen Fall nach unten schauen. Die 99 Bend Road Um den imposanten Tianmen Berg in China schlängelt sich eine Straße, die ebenso erstaunlich wie tödlich ist. Mit ihren nervenaufreibenden 99 Kurven bietet diese 11 Kilometer lange Straße jede Haarnadelkurve und jede kritische Ecke bei einem Anstieg von über 1100 Metern. Während das manchen Fahrern das Fürsten lehren mag, sind brutale Kurven wie diese ein Traum für Drifter. Mit unglaublicher Präzision und Nerven aus Stahl können diese Fahrer die 99 Kurven mit halsbrecherischer Geschwindigkeit bezwingen, indem sie übersteuern. Das hintere Ende ihres Fahrzeuges schwingt dann gefährlich um die Ecke, während der Fahrer die totale Kontrolle behält. Weg mit Fast & Furious Tokyo Drift! Es ist viel Zeit für das coolere Fast & Furious Tiananmen Drift! Achterbahnstraßen Wenn du in Oklahoma bist, musst du nicht in einen Freizeitpark fahren, um Achterbahn zu fahren. Fahr einfach auf die County Road NS 366. Nördlich der Stadt Wehwauka hat diese Straße einige riesige Wellen, die so groß und steil sind, dass Autofahrern übel werden kann. Aber das ist nicht der einzige Achterbahn-Highway in den USA. Am Stadtrand von Cincinnati, Ohio, fand ein Draufgänger eine Achterbahnstraße mit so steilen Hügeln, dass er und seine Kumpel ein Straßenrotelrennen veranstalteten. Mit nichts als ihren Helmen und ihren Brettern rissen sie die Straße hinauf und sausten mit erstaunlichen 96 kmh hinunter. Ich bin überrascht, dass sie so schnell fahren konnten, wenn man bedenkt, dass sie riesige Stahlkugel hinter sich hergezogen haben müssen. Alles klar, wir haben das Ende der Straße erreicht. Aber bevor du gehst, welche dieser Straßen würdest du gerne mal im echten Leben befahren? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.